Oh mein Gott, der Doppelklerk hat geklappt. Ey, das ist ja so krank gut gemacht. Es ist Daddy! Servus, Tobi, du bist gerade live im Stream zu sehen. Und deine Nummer ist jetzt damit öffentlich, cool. Pass auf, Tobi, ich habe die geile Möglichkeit, Among Us in Minecraft zu spielen. Und wir können das morgen vor allen anderen Leuten hochladen als Geburtstagsgeschenk von JoCraft. Bist du dabei? Wir brauchen nur einen zehnten Mann. Among Us in Minecraft. Ja. Ich schicke dir bei WhatsApp einen Discord-Link. Let's go, bis gleich. Ciao, schuuu. Also, nee. Jürgen, wer ist er? Jetzt fehlt nur noch Farb hoch. Guckt die ruhig an. Da haut die euch an, was soll die schweißen? Ich bin auch normal einfach. Das ist meine Ruhe, Junge. Ich bin ja einfach ein Loser. Was war das? Zieh mal die Maske aus. Da ist nichts Schlimmes. Wie geht das? Jürgen, was ist das? Also Leute, wir spielen jetzt eine Runde Among Us in Minecraft Weltpremiere vor Trimax. Das wird den richtig sauer machen. Also ich bin pissed. Danke an JoCraft und das ganze Team für dieses wunderbare Geburtstagsgeschenk. Wir spielen die Maps Geld und JoCraft erzählt uns mal ganz kurz, was die Besonderheiten sind. Mit dabei sind unter anderem Danny, Favo, Rotpilz, Tobi, Gamers Time, Klimm, RGB Pixel, JoCraft und Blizzard. Die drei, die das quasi gebaut haben. Shoutout an euch und Jo. Was ist hier das Besondere? Erzähl es mir. Also wir haben gemeinsam hier Among Us in Minecraft gebaut. Blizz und RGB haben die Stage gestaltet. Werdet gleich merken, sieht richtig cool aus. Ich habe die ganze Technik gemacht. Es ist quasi das originale Among Us in Minecraft übersetzt. Es gibt ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel Tasks können von allen gemacht werden. Tasks sind immer visible. Auch der Imposter kann Tasks machen. Und alles andere ist erstmal ganz normal wie im normalen Among Us. Kurz an den Imposter. Der Imposter kann über das Inventar sabotieren. Also E drücken zum Sabotieren. Ihr bekommt gleich Tasks zugewiesen. Ihr bekommt einen Kompass. Der Kompass zeigt euch, wo die Tasks sind. Ihr bekommt eine Map, die zeigt euch an, was eure nächste Task ist. Und ihr habt eine Map, auf der ihr gucken könnt, wo ihr gerade seid. Soweit verstanden? Ihr habt ein Buch dabei. Mit dem Buch könnt ihr reporten. Wenn ihr eine Leiche findet, einen Rechtsklick mit dem Buch auf die Leiche machen. Dann könnt ihr reporten. Soweit? Alles klar? Das ist jetzt Alpha-Revy. Also zu deinem Geburtstag herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Hast du jetzt die Besonderheit, diese Map noch vor allen und allen anderen zu sehen. Alter. Es können sein, dass jetzt ein paar Fehler auftreten. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Ist mir so egal. Wenn was redet einfach, ich höre zu. Okay? Gut. Ich würde sagen, Leute, wir gehen rein. Wir gehen rein. Yo. Zwei Imposter werden es sein. Achtung. Fertig. Und. Okay. Wir gehen mute, Leute. Wir werden jetzt jeden Moment teleportiert. Okay. Ich bin Crewmate. Wir haben hier unsere Report-Buttons. Und jetzt geht es los, Leute. Wir müssen unsere Next Task machen. Unsere Tasks. Alter, ist das krass gemacht. Shields replace Views. Shields ist unten. Das sind also quasi meine Tasks, die ich ablaufen muss. I see. Sind Shields hier? Clear Asteroids. Ach, lol. Ach, lol. Ist das geil. Lol, ist das geil. Ach, lol. Ich muss hier stehen bleiben. Okay. Hä, das ist ja ultra krass gemacht. Ey, das ist ja ultra heftig. Ich glaube, Spam ist ja das Einfachste, ne? Auch hier mit den Target-Blocken direkt. Sind wir im Meeting? Der hat einen raus. Der hat einen umgebracht. Wie kann ich meine Tasks durchswitchen? Wie, wo? Es wird immer nur eine dir angezeigt. Du musst da hingehen. Das ist quasi, ne? Du kannst immer nur eine Task ansteuern. Das ist Absicht. Ach so, okay. Wenn jemand rausgevotet wird, fliegt der oben durch die Luftschleuse. Müsst du mal gleich gucken. Okay, wo? Über uns. Okay, Achtung, Voting Results. Rotpilz, Revenzeit. Oh, Game Asylum, acht. Boah, Kevin, das ist krass. Einer auf Fabo. Ah, miese, Kevin. Okay, Kevin, was passiert jetzt? Kevin, hau rein. Der Arme. Ihr Schweine, ihr werdet das noch eines Tages räumen. Okay, geil. Okay, wir rennen zu Shields, Leute. Es ist halt wirklich krass, das hier so zu navigieren. Aber wir müssen zu Shields, okay. Ich bin jetzt, das ist das hier Shields? Ne, das ist Coms. Dann müsste Shields hier sein. Krass ist das gemacht. Task completed. Okay, nice. Scanning for new tasks. Mein neuer Task ist Engine in Upper Room. Yellow ist mir gerade entgegengekommen. Upper Engine müsste hier sein. Ey, das ist ja so krank gut gemacht. Hier ist Electrical. Alter Schwede. Upper Engine müsste da... Das ist Rektor schon hier. Dann ist das hier doch Upper Engine, oder? Dann müsste doch hier... Ja, dann ist hier die Aufgabe. Take Iron. War das richtig? Ja, und jetzt Upper Engine. Das ist Lower Engine jetzt gewesen. Und jetzt kommt Upper Engine. Take Iron. Okay, crazy. Hier ist der Geist auf jeden Fall. Da ist G-Time. Okay. Okay. Ich habe... Ich wäre gerade fast gestorben. Ich habe die Leiche von Rotpilz gerade in Weapons gefunden. In Weapons? Okay, dann lassen Sie es mal ganz kurz nachgehen bei der ganzen Geschichte. Fabo, was hast du denn gemacht? Ich war gerade mit Rotpilz beim Scanner. Sausas. Ja, aber deswegen verstehe ich es auch gerade gar nicht, was gerade... Beim Scanner bei Mad Bay? Ja. Hä? Und du hast den sicher in Weapons gefunden, RGB Pixel? Ja. Fabo, wann warst du mit ihm da? Vor 10 Sekunden gefühlt. Das kommt ja gar nicht hin. So schnell kannst du ja nicht laufen. Einer von euch beiden lügt. Wenn Fabo bis vor 10 Sekunden zusammen war, das kommt ja sonst nicht hin. Ihr müsst warten. 10 Sekunden. Ey, lass skippen, lass skippen, lass skippen, lass skippen, bis skippen, bis skippen. Oh nein, Lights ist auf. Fix Lights. Okay, wir gehen hin. Okay, neue Task. Sehr gut. Admin Fix Wires. Okay. Ach so. Ach so. Ach crazy. So fixe ich Wires hier. Checkt ihr? Geil. Einfach nur geil gemacht. Storage, Fix Wires. Storage Wires sind hier vorne. Alter, das ist wirklich insane gut gemacht. Oh, f***, Alter. Eskation ist dead. Ja. Tobi liegt, glaube ich, in Electrical. Electrical. Okay. Ich habe nämlich Eskation noch reinlaufen sehen in Electrical. Ja, da hat er gewendet wahrscheinlich. Und dann kam... Von wo kam Joe eigentlich? Joe von wo kam's gut. Nee, da kam Pixel. Ich war bei Garbage gerade. I don't know. Da war Pixel. Pixel war ja letztens schon da drin. Ey, ist mir Camps dann entgegengekommen Richtung Electrical. Echt? Du hast Pixel. Pixel war ja letzte Runde schon zass. Ja. Ich habe jetzt mal gevotet. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Ab dafür, mein Guter. Hau rein. Oh nein, wir haben irgendeinen Alarm. Wir müssen Auto fixen. Oh, Digga. Ey, Fabio, wenn du das jetzt bist, ich raste aus. Wirklich, ne? Aber warum kann es denn Danny nicht sein? Ich kann so viel sagen. Ich habe meine Tastik vom Spiel und ich würde gerne mit euch mitgehen, aber naja. Boah, sch***, Alter. Nein, es muss jetzt sein. Ich schwöre, dann ist es Danny, wirklich. Nein, ich bin's wirklich nicht. Ich hätte Fabio ganz zu töten können. Dann ist es Fabio. Ich will's auf jeden Fall nicht. Ich mache Aufgaben. Ich muss noch mit... Liebe Sch***, ey, lass dich. Ich bin es nicht. Wartet. Alter, was zum Teufel. Es ist Danny. Es ist Danny. Nein, es ist Danny. Es ist Danny. Es ist Danny. Es ist Danny. Er hat daneben geschlagen. Es ist Danny. Es ist einfach Danny. Wir haben gewonnen. Ich war EWI. Wer war es? Hä? Wir sind im Meeting und irgendwie haben wir gewonnen. Was passiert gerade? Leute, ihr seid bei der Richtigkeit. Ich sehe, es ist ein Fehler drin in der Gewinnauswertung, den ich korrigiert habe. Also, es waren RGB und Gamers Time waren... Was? Junge. Nein, du weißt. Digga, ich habe den... Ich habe den weitergespielt, obwohl der Imposter gerade... Oh, so nicht steht. Ich habe keinen Wunder, dass es keiner war. Aber so krank umgesetzt, wirklich. Okay, ich habe den Fehler korrigiert, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, lass uns einfach nochmal eine Runde machen. Auf alles. Und diesmal wird es auch richtig ausgewertet. Okay, let's go. Drei, vier, drei, zwei, eins. Boah, Digga, es ist so krass gut gemacht, Leute. Ich bin Imposter. Alter, ist das krass gemacht. Das ist so krass gemacht. Okay, ich habe Leitz gesabotiert. Das ist so geil gemacht hier mit den Aufgaben. Wirklich, das ist so crazy. Ich muss die Aufgabe jetzt fertig machen, um sie zu beständen. Und dann sabotiere ich jetzt gleich nochmal offen. Ich habe gesehen, Krivi hat Danny umgetötet. Ich habe es gesehen. Absoluter, absoluter, absoluter Bullschkoll. Krivi hat ihn getötet. Ich höre auf alles. Ich habe es gesehen. Krivi, Nicole, sag mir, sag mir, wo ich ihn getötet haben soll. Sag mir, wo ich ihn getötet haben soll. Ich weiß nicht, was du beschreibst, weil der liegt da in so einer Tür drin. Ich habe gesehen. Sag mir, wo ich ihn angeblich getötet haben soll. Sag mir den Raum, wo ich ihn getötet haben soll, Kevin. Sag es mir. Ja, Digga, wenn er nochmals nicht kennt, dann wird es natürlich schwierig. Ich weiß den Raum nicht. Da ist so eine Tür, der ist da reingegangen. Du hast ihn da drunter getötet und du bist da rechts weggelaufen. Ich habe Trash gemacht und alles. Ich habe meine Aufgaben gemacht. Ich habe eben sogar Lights gefixt. Ich sage es dir, wie es ist. Ich sage es dir, wie es ist, Kevin. Ich wollte für Revi. Ich habe es gesehen, Revi. Geil rausgelogen, Alter. Kabel sind so gut gemacht, Mann, wirklich. Over. Ach so, Impostor hat gewonnen. Ja, ich sehe es gerade im Chat, Alter. Ich sehe es gerade im Chat. Wer war der zweite Impostor? Impostor waren Revi und Blizzard. Oh, Gevi, du Mann. Ja, Junge. Wie sieht man als Impostor? Also, wie sehen die Impostor das untereinander? Das habe ich eben nicht gecheckt. Aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Das baue ich noch mit ein, dass die Impostor sich gegenseitig sehen kann. Weil das ist ja super... Okay, okay, okay. Okay, ich muss wieder einen umbringen. Mann, ich würde gerne wissen, wer der zweite Impostor ist. Das wäre noch ganz geil. Diese Map ist so insane, Alter. Diese Map ist so gut, Mann, wirklich. Okay, warte, wir checken nochmal kurz. K2, wo steht die ID? Ach hier, Hashtag. Ah, see. Okay, so funktioniert das also. Alter, Reaktor Meltdown ist so geil gemacht. Das ist so krass, Leute. Das ist einfach nur insane. Ich glaube, in der Zeit muss irgendwo jemand gestorben sein. Scanning. Das funktioniert alles. Das kann ein Server. Das ist die Map von JoCraft, Leute. Insane einfach nur. Es müssen ein paar mehr Leute sterben, ne? Ich mache ganz kurz noch Simon Says. Das würde ich mir auch mal anschauen. Ist das hier Simon Says, ja, ne? Als ob. Ist das krass gemacht, Mann. Ich wollte einfach mal ein Meeting callen und gucken, wer noch lebt. Klimbo warst du? Ganz am Ende, jetzt war ich bei Shields. Kann das jemand bezeugen? Ja. Ja. Okay. Rotpils, wo warst du? Ich war gerade mit dir hier in der Cafeteria am Ende. Stimmt, du bist mir gerade das Cafeteria entgegengekommen. Wir wissen aber jetzt auch nicht, dass das Ding ist. Ach, eigentlich war es dumm, dass ich gedrückt habe, weil wir halt nicht wissen, wo die Leiche ist. Es war saustuple, fällt mir gerade auf. Ja, Lost war saudumm von mir. Ich dachte, wir könnten es auch aus irgendwas ziehen. Tobi, wir machen Double Kill, okay? Bro, wir sind sieben. Das geht nicht. Doch, wir gehen jetzt gleich mit zwei, mit Gamers Time oder so. Wir können zwei hinterher machen, Double Kill. Komm mit mir, komm mit mir, bleib zusammen. Oh mein Gott, der Double Kill hat geklappt. Der Double Kill hat geklappt. Oh mein Gott. Also, war richtiges Metzeln hier. Es sind in Koms zwei Leichen. Zwei. Also, ich sag ganz ehrlich, was mir richtig komisch vorkommt, ist, dass Revi die ganze Zeit S-Cation sogar decken kann. Bro, weil wir zusammen unterwegs gewesen sind in dieser Runde. Ja, und es sind zwei Kills in dieser Runde. Nein, Digger, aber in der letzten Runde zum Beispiel nicht. In der letzten Runde habe ich ihn auch nicht gedeckt, weil ich nicht weiß, was er in der letzten Runde gemacht hat. Also, das mit S-Cation ist mir zu oft aufgefallen. Ich war sogar in der ersten Runde nicht gleich. Ja, aber ihr lauft auch die Zeit die ganze Zeit. Ja, true, maybe es ist Krim und Gamers Time. Wir waren nur ganz am Ende zusammen. Hier kann sein, dass er es ist. Nach dem Meeting sehen wir das jetzt im Chat. Da muss ja noch einer sein, glaube ich, oder? Ja, Klimm dann. Ich bin's nicht. Ja, wohin war ich noch? Revi, 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 in die nächste S-Cation! Was war das denn? Es ist so unglaublich wild gemacht, Joe, wirklich. Also, es ist krank geil, Alter, ehrlich. Fettes Shoutout an euch als Dreierteam hier und auch an riesige Shoutout an alle, die dabei gewesen sind, Mann. Vielen, vielen Dank für das spontane. Map um am 24. raus, 24.12. Da kann jeder die Map downloaden, wer die spielen möchte. Ganz wild. Der Link ist auf jeden Fall bei JoeCraft am Kanal zu finden. Checkt auf jeden Fall auch mal Blizzard und RGB Pixel aus. Alle verlinkt unten in der Beschreibung. Ganz, ganz wildes Ding hier. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, meine Freunde. Macht's gut. Ciao! Ciao! Alles klar! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020